Heute sprechen wir über das Thema, das euch vermutlich mehr zum Schwitzen bringt als das Kompilieren von 10.000 Zeilen unkommentierten Code. Ferienjobs für ITler. Zumindest wenn meine Instagram Inbox nicht von Bots geflutet wurde, ist das ein großes Thema bei euch. Ja, meine lieben Freunde der Binärcodes, wir wissen, dass eure liebste Beschäftigung in Semesterferien vermutlich das auswendig Lernen sämtlicher Linux-Befehle ist, aber ich möchte euch trotzdem nahelegen, euch in der freien Wildbahn der IT-Branche umzuschauen. Ferienjobs sind mehr als nur eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zusätzlich zu verdienen, während ihr euren inneren Nerd pflegt. Sie bieten euch die Chance, eure Skills zu schärfen, Kontakte zu knüpfen und herauszufinden, welche Art von IT-Experte ihr wirklich sein wollt. Oder wollt ihr euer ganzes Leben lang nur Stack-Overflow durchforsten? Also, falls ihr hier noch dabei seid, ist es Zeit, eure Tastaturen kurz beiseite zu legen und euren Blick auf die schier endlosen Möglichkeiten zu richten, die die Welt der IT-Fanjobs bietet. Lasst uns mit den offensichtlichen Vorteilen beginnen, praktische Erfahrungen sammeln und eure Skills verbessern. Wir wissen, dass ihr es liebt, euch durch die Tiefen der theoretischen Informatik zu wühlen, aber ohne praktische Erfahrungen werdet ihr nie das volle Potenzial eurer Fähigkeiten ausschöpfen können. Fanjobs bieten euch die Möglichkeit, das Gelernte anzuwenden und eure Fähigkeiten in der echten Welt zu testen. Vergesst nicht, dass ihr in einer Welt voller Bugs und Glitches lebt und es an euch liegt, die zu beheben. Und nun zu einem Thema, das Informatiker normalerweise wenig begeistert. Networking. Ja, das bedeutet tatsächlich, mit anderen Menschen zu sprechen und nein, es ist leider nicht ganz optional. Fanjobs in der IT-Branche geben euch die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und euer berufliches Netzwerk aufzubauen. Vergesst nicht, die IT-Welt ist klein und wer weiß, vielleicht trefft ihr ja euren zukünftigen Arbeitgeber, Geschäftspartner oder den Erfinder des nächsten revolutionären Memes. Außerdem könnt ihr euch gegenseitig motivieren, unterstützen und austauschen, um gemeinsam die Welt der Informatik zu erobern. Ganz ähnlich übrigens, wie wir das schon jetzt bei uns bei der Academy schon in Ansätzen haben. Ihr wollt Informatik lernen? Dort gibt es zig kostenlose Kurse, Webinare, die ihr selbst halten könnt und auch Quizzes und Übungsaufgaben, die es auf YouTube gar nicht geben kann, sind entweder schon da oder fast da, je nachdem, wann ihr das Video seht. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Zu guter Letzt bieten Fanjobs in der IT-Branche die Möglichkeit, verschiedene Bereiche der Informatik kennenzulernen. Wusstet ihr, dass es in der IT-Branche mehr als nur Programmierung gibt? Überraschung! Ob Webentwicklung, Datenanalyse oder Cybersecurity, die Welt der IT ist vielfältig und voller Geheimnisse, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Ist das nicht schön? Das hat aber natürlich auch ein paar Nachteile. Die Welt der IT ist so vielfältig und manchmal ist es schwer, sich zu entscheiden. Fanjobs sind deswegen eine tolle Chance, wie ich finde, um eure Nische kennenzulernen oder zu merken, dass diese Nische mal so gar nicht zu euch passt. Und eben eure Karriere dadurch in die richtige Richtung zu lenken. Und vielleicht, nur vielleicht, werdet ihr feststellen, dass es noch mehr gibt, als euer bisheriges Leben im Schatten von Stack Overflow und den ewigen Kämpfen mit dem Compiler. Ein weiterer Vorteil von Fanjobs in der IT-Branche ist die Möglichkeit, kleine erste Herausforderungen zu meistern und dadurch euer Selbstvertrauen aufzubauen. Es gibt kaum etwas Befriedigeres, als ein kniffliges Problem zu lösen oder ein Projekt erfolgreich abzuschließen und dafür noch bezahlt zu werden. Das ist ein schönes Hoch, das euch mit langfristiger Motivation belohnt. Diese Erfolgserlebnisse stärken nicht nur euer Selbstvertrauen, sondern zeigen euch auch, dass ihr in der Lage seid, selbst schwierigste Aufgaben zu bewältigen. So, das waren die Vorteile von Fanjobs in der IT-Branche. Natürlich könnte ich hier noch ein bisschen weiterreden, aber ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. Es ist Zeit, eure Komfortzone zu verlassen und euch in das Abenteuer, Fanjob zu stürzen. Also packt eure Tastaturen, schnappt euch eure Lieblingskaffeetasse und bereitet euch darauf vor, die Welt im Sturm zu erobern. Beginnen wir mit einem Bereich, in dem ihr eure kreativen Muskeln spielen lassen könnt. Webentwicklung und Design. In diesem Fanjob werdet ihr Websites erstellen und gestalten. Schau mal, versucht CSS so zu bändigen, dass es genau das tut, was ihr wollt. Hier ist eure Chance. Schärft eure HTML, CSS und JavaScript-Kenntnisse und zeigt der Welt, dass ihr nicht nur ein Meister der Algorithmen seid, sondern auch ein Ästhetik-Guru, der in der Lage ist, das nächste Google oder Facebook zu erschaffen. Vielleicht werdet ihr sogar die nächste Under-Construction-Gif ins Leben rufen, die das Internet im Sturm erobert. In der Praxis braucht ihr hierfür allerdings schon einige Grundkenntnisse. Und gerade im Web-Bereich braucht es häufiger schon eine gewisse Einarbeitung, weswegen oft nur kleine Projekte wie die interne Ausfallwebseite, die der Chef schon seit letztem Jahr wollte, in Frage kommen. Am richtig großen Projekt ist aber dann oft die Einstiegshürde zu groß. Also seid da bitte nicht enttäuscht. Mein Tipp für diese Stelle, fragt lustigerweise vielleicht nicht bei einem IT-Unternehmen, ob ihr einen Ferienjob haben könnt, sondern bei einem netten Handwerker aus der Familie. Die meisten Websites von Handwerkerbetrieben, falls überhaupt vorhanden, sehen aus, als wären sie aus Deutschland. Und das will nun wirklich niemand. Als nächstes haben wir einen Job, bei dem eure Geduld und Kommunikationsfähigkeiten auf die Probe gestellt werden. IT-Support und Helpdesk. Keine Sorge, ihr müsst nicht den ganzen Tag mit dem Kopf auf der Tastatur liegen, während ihr versucht, jemandem zu erklären, wie man den Computer einschaltet. Nur den halben Tag. In diesem Bereich werdet ihr euer technisches Wissen nutzen, um echte Probleme zu lösen und vor allem Menschen zu helfen, die in der digitalen Welt einfach verloren gegangen sind. Glaubt mir, ihr werdet als Helgen gefeiert, indem ihr das WLAN-Problem löst oder einen Drucker zum Laufen bringt. Oder aber, ihr werdet auch nur einfach nicht dabei verflucht. Bonuspunkte, wenn ihr es schafft, dabei nicht in Tränen auszubrechen. Nun zu einem Ferienjob, der das Herz eines jeden Informatikers höher schlagen lässt. Programmierung und Softwareentwicklung. Hier könnt ihr eure Fähigkeiten in verschiedenen Programmiersprachen einsetzen, um Anwendungen und Systeme zu entwickeln. Die zum Beispiel das Leben von Menschen verbessern oder einfach nur der Unterhaltung dienen. Vielleicht entwerft ihr die nächste virale App oder irgendeine bahnbrechende Software, die das Leben von Millionen von Menschen verändert. Oder ihr kreiert einen neuen Algorithmus, der die Welt der Memes für immer revolutioniert. Die Möglichkeiten sind quasi endlos. Leider ist bei diesem Job natürlich auch die Einstiegshürde extrem hoch. Auch hier sind wieder Vorkenntnisse erforderlich. Am besten schafft ihr das, wenn ihr schon Kontakt zu einem Unternehmer habt, der kleinere Tätigkeiten automatisieren möchte, aber nicht genau weiß wie. Der Trick liegt aber dann hierbei, dass ihr die Tätigkeiten nicht nur umsetzen könnt, sondern vor allem auch identifizieren könnt. Wenn also jemand ein und dieselbe absolut dumme Aufgabe jeden Tag, jede Woche oder auch nur jeden Monat tun muss und ihr das mit einem cleveren Setup von Tools, einem schlauen Python-Skript oder einer passenden Webseite automatisiert bekommt, möglichst ohne, dass sich diese Person darum kümmern muss, dann werdet ihr wirkliche Glücksgefühle auslösen. In einer Welt, in der Daten das neue Gold sind, bietet der Bereich der Datenanalyse und Big Data spannende Fanjobs für ITler. Hier werdet ihr eure analytischen Fähigkeiten und euer Wissen über Datenverarbeitung einsetzen, um Unternehmen dabei zu helfen, wertvolle Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen zu gewinnen. Vielleicht findet ihr die perfekte Formel für virale Memes oder entdeckt ein Muster in den Social Media Aktivitäten eurer Freunde, die darauf hindeuten, dass sie eigentlich heimlich große Fans von Comics sind. Ob ihr es glaubt oder nicht, Datenanalyse kann spannend sein, wenn auch leider mit großem Vorwissen behütet. Keine Sorge, ihr müsst keine Statistikgenies sein, aber diese Art Nebenjobs eignet sich dann doch vielleicht eher für die Studenten unter euch. Ich empfehle als Auftraggeber Leute, die Daten haben, aber nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Zu guter Letzt haben wir einen Bereich, der sowohl spannend als auch von entscheidender Bedeutung ist. Cyber Security und IT-Sicherheit. In einer Zeit, in der Hackerangriffe und Datenschutzverletzungen quasi normal sind, sind Experten in diesem Bereich gefragter denn je. Als Ferienjobber in der Cyber Security werdet ihr dazu beitragen, Systeme und Netzwerke vor böswilligen Angriffen zu schützen und somit die digitale Welt ein bisschen sicherer zu machen. Vielleicht vereitelt ihr ja sogar den nächsten großen Cyberangriff oder ihr entwickelt eine innovative Sicherheitslösung, die die IT-Branche revolutioniert. Das Spannende am Feld der IT-Sicherheit speziell für Ferienjobs ist aber, dass es so vielseitig ist und tatsächlich häufig kaum eine Einarbeitung in das Unternehmen erfordert. Klar, wenn ihr versucht, in die Verwaltung einzusteigen und euch mit den Prozessen und den Tools in der Verteidigung zu beschäftigen, dann wird es schwierig. Aber was, wenn ihr als Code-Auditor oder externer Pentester arbeitet? Jemand, der Code-Probe liest, den kann man immer brauchen. Und das Einzige, was ihr dafür braucht, ist Wissen in dieser Technologie oder natürlich Stack Overflow und Chat-GPT. Als externer Pentester müsst ihr aber nicht mal irgendwas dergleichen haben. Das Einzige, was ihr dann braucht, ist Erfahrung im Umgang mit diesen ganzen Angriffstools. Selbstverständlich sollte das kein Top-500-Unternehmen sein. Das hat hoffentlich seine eigenen Pentester. Aber wenn ich mir überlege, was ihr mir schon alles geschickt habt, kann das durchaus ein kleines lokales Unternehmen sein. Ein Restaurant, das seine eigene Reservierung hat. Ein Arzt, der seine Dienstleistung online stehen hat. Die hatten im Durchschnitt in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich niemanden da, der sich das ansieht. Ein Ferienjob kann hier schon ausreichen, um zumindest den schlimmsten Teil zu finden und vielleicht zu motivieren, ein bisschen mehr zu investieren. Um den perfekten Ferienjob zu finden, müsst ihr natürlich auch ein wenig Arbeit in die Jobsuche investieren. Zum Glück sind wir im 21. Jahrhundert und das Internet ist voll von Möglichkeiten, um euren Traumjob zu finden. Nutzt Online-Jobportale, um passende Stellenangebote zu entdecken. Oft gibt es spezielle Jobbörsen für IT-Positionen, bei denen ihr eure Suche nach euren persönlichen Präferenzen filtern könnt. Aber das Internet bietet noch mehr. Schaut euch in IT-Community-Websites und Foren um. Oft gibt es dort Insider-Tipps für offene Stellen und Projektangebote. Lasst eure digitalen Finger einfach mal über die Tastatur fliegen. Wer weiß, vielleicht werdet ihr schon bald den perfekten Job finden. Vielleicht sogar ohne dafür das Haus verlassen zu müssen. Bonuspunkte, wenn ihr es übrigens schafft, eure Jobsuche in einem Dark-Mode durchzuführen. Wir schreiben beispielsweise Jobs, die uns erreichen, aber auch immer wieder gerne auf der Academy aus. Leider waren das bislang nicht allzu viele, aber vielleicht wird das ja bald. Wenn ihr zum Beispiel jemanden kennt, der Leute sucht, sagt gerne Bescheid. Gerade für Ferienjobs bietet es sich aber immer wieder an, wenn ihr einfach über Vitamin B mal rumfragt. Teilt ehrlich eure Skills mit und sagt, was ihr anbieten könnt. Vielleicht kennt da ja jemanden jemanden, der jemanden braucht. Und ja, wir hatten dieses Thema bereits im letzten Kapitel. Aber Networking ist wirklich wichtig. Auch auf IT-Veranstaltungen, Konferenzen und Meetups könnt ihr Leute finden, um eure beruflichen Kontakte zu erweitern und potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen. Stellt euch vor, ihr trefft dort den CEO eures Traumunternehmens und er ist so beeindruckt von eurer charmanten Art und eurer künstlichen Intelligenz oder eurem Wissen darüber, dass er euch direkt einen Ferienjob anbietet. Klingt so schön, um wahr zu sein? Nun, ihr werdet es nie erfahren, wenn ihr es nicht versucht. Und hier ein Bonustipp. Zeigt ihnen einfach eure XP in eurem Profil bei der Bootstrap Academy. Dann droppen direkt die Höschen. Aber denkt dran, bei solchen Veranstaltungen immer euer bestes Benehmen natürlich an den Tag zu legen. Beißt vielleicht dann doch in den sauren Apfel und zieht euer schönstes Hemd an und legt die Tastatur für ein paar Stunden zur Seite. Ihr könnt es schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn die Jobsuche herausfordernd sein kann, mit den richtigen Strategien und einem gewissen Durchhaltevermögen, werdet ihr euren Ferienjob finden. Da bin ich sicher. Ich möchte euch an der Stelle kurz ermutigen, den Schritt wirklich zu wagen und einen Ferienjob in der IT zumindest auszuprobieren. Es gibt wirklich viele schöne Möglichkeiten und spannende Bereiche zu entdecken. Nutzt die Gelegenheit, um euren Horizont ein bisschen zu erweitern, neue Fähigkeiten zu erlernen und eure Karriere voranzutreiben. Traut euch, Neues auszuprobieren und lasst euch von den unendlichen Möglichkeiten gerne inspirieren. Aber eine Sache muss ich hier an der Stelle auf jeden Fall betonen. Es ist auf gar keinen Fall ein Muss, als ITler einen Ferienjob irgendwann mal gemacht zu haben, um irgendwo eine Jobchance zu bekommen. Macht euch nicht verrückt. Es ist auch absolut sinnvoll, seine Ferien als Ferien zu verbringen, wenn ihr das wollt. Das Leben besteht nicht nur aus Huzzle und das lerne ich auch gerade immer mehr. Ja, und das war's an der Stelle von mir für dieses Video. Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in die Umstände von Ferienjobs in der IT-Branche und ein paar hilfreiche Tipps für die Jobsuche geben konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Cyberspace.